Sully, richte den Strahl auf die Wand. Wie Scheinwerfer. Verbrat mir doch einen, Stau. Nate, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Es gibt nur einen Weg, es rauszufinden. Wir folgen dem Auto. Du gehst zum Van. Wir bleiben in Funkkontakt. Ich gebe Bescheid, wenn wir auf der anderen Seite sind. Wo immer das sein mag. Sei auf alles gefasst. Muss vielleicht schnell gehen. Aber sicher. Das ist die beste Fahrerin im Business. Ja, so sagt man.